Bevor das eigentliche Video startet, Freunde, möchte ich euch ganz kurz sagen, ich verlose immer noch auf Instagram, Instagram-Name hier eingeblendet, bei Reapers, verlose ich 1000 V-Bucks, das Ganze geht nur noch bis heute Abend, ihr könnt 1000 V-Bucks gewinnen und das Ganze ist unter meinem viertletzten Instagram-Bild, wo ich mich an so einer Treppe hänge, ich denke, das werdet ihr finden, das Bild, da steht alles, was ihr dafür tun müsst und wie ihr mitmacht, ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Glück, macht noch mit, wenn ihr mitmachen wollt und, ja, wie gesagt, geht nur noch bis heute Abend, wird heute Abend dann in meiner Instagram-Story aufgelöst. Viel Glück an alle, jetzt viel Spaß mit dem Video. Peace, Freunde, was geht? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video habe ich mal wieder was Cooles dabei, denn gestern kam das Jetpack raus und ich habe heute ein freshes Gameplay am Start. Natürlich könnt ihr gerne für dieses Video auch wieder einen Daumen nach oben da lassen, ich würde mich riesig drüber freuen und ein kostenloses Abo, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und natürlich könnt ihr auch, wenn ihr noch nicht, wenn eure Freunde vielleicht noch nicht wissen, was mit dem Jetpack und so weiter ist, könnt ihr das Video auch teilen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze und mein Merchandise ist natürlich auch in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal schauen, so ich hau da gleich bald mal was so Neues rein, also seid gespannt. Naja, heute haben wir auch wieder coole drei Kommentare am Start, wenn ihr auch mal in einem Video mit eurem Kommentar sein wollt, dann einfach jetzt ein cooles Kommentar schreiben und dann kommt ihr eventuell in das nächste Video rein. Das erste Kommentar heute ist von ByLifeCraft. Er schreibt, bester YouTuber, Hashtag Glocke aktiv, Hashtag Abo, Hashtag Like. Mach weiter so und kannst du mich grüßen. Grüße gehen raus und ich lieber ByLifeCraft. Das zweite Kommentar ist von Chilliges AT. Er schreibt, YouTube ist rot, Facebook ist blau, mich im Video zu erwähnen wäre schlau. Mega cooles Kommentar, also richtig nice. Das ist mal so ein kreatives Kommentar, was auf jeden Fall rein musste, deswegen seid gerne mal kreativ oder weiß ich nicht, irgendwas cooles einfach, was unbedingt mit rein muss. Das dritte Kommentar ist von ByRapersJr und er schreibt einfach nice Video. Vielen Dank an euch für die Kommentare, wie gesagt, gab es auch noch viele andere coole Kommentare. Macht mit und eventuell seid ihr im nächsten Video dann am Start. Naja Freunde, im heutigen Video habe ich ein Jetpack Gameplay, wo ich das Jetpack auch mega gut eingesetzt habe. Und die Frage bleibt so ein bisschen offen, ja wie kann man denn das Jetpack, ich sag mal, aufladen. Das Ganze seht ihr im Video, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und Leute, wie gesagt, im Anschluss gibt es richtig geile Kills. Viel Spaß. Jawoll Leute, das Jetpack ist am Start, Alter. Jawoll. Jetpack Action Leute, nice. Komm, ne bessere Dreischuss nehmen wir mit, Freunde. Jetpack ist am Start, Freunde, was geht? Nice, Mann. Feier ich ja mal schon wieder richtig, Leute. Hashtag Jetpack in den Streaming-Chat, Leute. So. Okay, das hat auch noch gut Tank, würde ich sagen. Der muss sich so ärgern, Alter. Der hat es gerade, Leute, und jetzt ist es schon wieder weg. Der muss sich so ärgern, Alter. Die Drohnen, ja, ich achte mal auf die Drohnen jetzt. So, Leute, wir müssen aber erst mal schauen, dass wir hier mit dem guten Jetpack irgendwas geiles da spielen, Freunde. Alter, da ist das Jetpack wieder. Und wir nehmen uns direkt hier mal wieder so ein Crystal. So, was haben wir hier? Nix spannendes, glaube ich. Ich nehme eine Kiste nochmal drunter. Es ist halt so selten, das Ding, ne? Also wirklich, es ist... So, wir packen es mal kurz weg. Sehen wir, wie das mit... Alter, das ist so OP, das Scheiß-Teil. Ohne Scheiß, Leute. Oho! Alter! Jetpack over 9000 Action! Let's go! Let it be, let's go! Das Ding ist, ich fühle mich mit dem Jetpack viel krasser. Ich fühle mich wie so ein Thanos, Leute. Ich fühle mich wie so ein motherfucking Thanos, Alter. Ich fühle mich einfach nur mächtig mit dem Ding. So, let's go. Ich weiß halt nicht, dass hier eine Kiste oben ist. Wir schauen mal nach. Ich fliege gleich mit dem Jetpack, Leute. Geduldet euch. Wir lassen mal Sniper jetzt hier in dem Fall. Weil, ich meine, wir können keine Sniper mitnehmen, weil wir haben halt eben das Jetpack. Aber das ist eh dumm. Wenn wir Jetpack haben, Leute, man braucht keine Sniper mehr. Man geht eh nur noch auf Nahkampf. Fliegen mal, du Honk. Ja, ja, warte, warte, warte. Weil ich habe halt nicht unendlich Energie, ne? Also ich baue mal ein Auto ab und bin mal gespannt, ob wir so ein Tankkanister kriegen. Ne, okay. Ich würde es ja cool finden, wenn sich das so ein bisschen auflädt, wenn man wenigstens ein Auto abbaut. Das wäre cool. So, Leute, wir fliegen sofort mit dem... neun Ding. Wir können ja mal eben kurz hier durchfliegen. Das ist halt so lustig, damit zu fliegen, Freunde. Und jetzt hat es sich wieder aufgeladen. Ah, das ist Klärchen. Ich baue Autos ab. Dann bekommt man angeblich... Lol, wie ich geleckt habe. Angeblich bekommt man ja dann einen Tankkanister, ne? Wenn ich Autos abbaue, da vorne. Oder wir haben die Möglichkeit, das Jetpack einzusetzen. Bitte, Typ, komm raus, Alter. Ich will mit dir jumpen. Ich will mit dir... Leute, das Ding ist so geil. Es ist so scheiße geil. Es ist so nice, Alter. Leute, wie geil ist das Teil? Der hat einfach absolut viel Materialien. Es macht so Spaß, das Teil. Chaos, was geht? Okay, wir müssen mal Autos jetzt abbauen, Leute. Ich möchte mal schauen, ob ich dann echt einen Tankkanister kriege. Bin ich mal gespannt. Angeblich wurde es ja gesagt, so... Man bekommt einen Tankkanister, wenn ich das abbaue. Sieht mir jetzt nicht danach aus. Nico, was geht? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wir bauen weiter ab. Was geht, Familie? Was geht, Brex One? Wir bauen weiter ab, Leute. Ich möchte einen Tankkanister. Dankeschön, Naruto. Ne? Holz wäre auch noch super. Egal, wir kriegen auch Metall dadurch. Das ist auch nice. So. Mit dem Jetpack ganz nach oben. Aber ich glaube, man kriegt Fallschaden, Leute. Das ist das Problem. So, komm. Gib mir doch einmal so einen Tankkanister, Leute. Kriegt man wirklich 100% die Tankkanister, wenn ich das abbaue, Leute? Schreibst du da ins Streaming-Chat. Bekomme ich einen Tankkanister, wenn ich die Autos abbaue? Irgendwie nicht. Da kriege ich nichts, Leute. Nein. Nein. Hä? Wie kriege ich denn einen Tankkanister, Leute? Was geht, Niklas? Dankeschön fürs Abo. Ein Kanister spawnt mit 5,25% Wahrscheinlichkeit. Ja, super. Das ist ja viel. Ach, Mann. Kanister an der Tankstelle. Das wäre eine Idee, Leute. Das wäre eine sehr, sehr super Idee. Ich weiß nicht. Wo haben wir hier eine Tankstelle in der Nähe? Ich glaube, hinten bei Pleasant in etwa, ne? An der Tanke kannst du tanken. Als ob, Leute. Kann man echt... Meint ihr, man kann an der Tankstelle wirklich das Ding tanken, Leute? Sollen wir es probieren? Ich glaube, die ist aber da, Leute. Das ist richtig blöd. Dankeschön, Gizmo. Aber wir haben ein Jump Pad, so prinzipiell. Wir könnten es mal versuchen. Leute, sollen wir es versuchen? Da hinten ist eine Tankstelle, Leute. Die wurde aber auch erneuert, glaube ich, ne? Komm, Leute. Wir versuchen das. Ne, wurde sie nicht. Okay. Ich bin gespannt. Ne, aber probier mal. Okay. Zone, eine Minute noch. Kriegen wir hin. Oh mein Gott. Flieg hin. Ja, ne, aber das Problem ist, wenn ich da hinfliege, Leute. Habe ich gleich für den Kampf nichts mehr. Das ist halt blöd. Das wäre so lustig. Es wäre so lustig, Leute. Hinten sind auch Gegner. Es wäre so lustig, wenn man das wirklich könnte. Ganz ehrlich, wenn ich da wirklich tanken könnte, wäre das so lustig. Dankeschön, Leute, für die Abos. Hallo, ich möchte mal gerne tanken. Kann ich hier tanken? Was ist denn, wenn ich den abbaue? Auch nix. Kann ich hier irgendwie... Ah, ich dachte gerade, Leute. Ich dachte gerade, das ist wie so eine Kasse. Aber ich kann hier nicht so wirklich tanken, Leute. Das funktioniert auch nicht. Was gibt's Green LP? Also, Leute, das stimmt nicht mit dem Tanken. Das geht leider nicht. Schade, wäre cool gewesen. Wäre lustig. Dass man dann wirklich eine... Oh mein Gott. Dass man eine Tankstelle dann aufsuchen muss. Hätte ich geil gefunden, muss ich sagen. Hätte ich extrem geil gefunden. Was geht Pumper, Felix? Ich meine, es ist ja ein Versuch wert, Leute. Ah, Mann. Was geht real scripted? Willkommen streamen. Mann, ey. Kann ich das Ding überhaupt aufladen? Tux, was geht? Kann man das Teil überhaupt aufladen? Mal bitte, Streaming-Chat, Leute. Geht das überhaupt? Weil irgendwie glaube ich da gar nicht dran, dass ich das ab... Dass ich das irgendwie aufladen kann. Bei einem Gegner twittert vielleicht. Das ist eine Idee, aber glaube ich auch nicht. Bau doch ab. Ja, hab ich jetzt vergessen, Leute. Was soll ich machen? Hier sind Einkaufswagen. Aber damit kann man nicht fahren. Einen Einkaufswagen noch. Mann, Leute. Kann man das Ding aufladen? Ja oder nein? Ich möchte eine wahre, ehrliche Antwort, Leute. Wenn ihr lügt... Lügen haben kurze Beine. Wenn ihr mich anschwindelt. So, wo ist die Tankanzeige? Rechts. Siehst du? Da. Da. Da, rechts. Siehst du das? Das ist die Tankanzeige. Da eigentlich schön ein Eimer in fürs Abo. Wie gesagt, Leute. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Lasst doch mal ein Abo da, Leute. Und folgt mir auf Instagram für das Gewinnspiel. Auf Instagram ist ein V-Bucks-Gewinnspiel. Gerne mitmachen. LpH, was up? Wir warten mal auf die Zone jetzt. Da werden bestimmt noch welche reinkommen. Will heute noch die 50... Äh, die 5000 Coins bekommen. Als ob, Alter. Als ob du so viele hast. Was geht? Flo will kommen streamen. Okay. Wir werden mit allen in der 4 aufladen. Wer ist glauben, wird selig. Da vorne sag ich ja, Leute. Ja, vielleicht können wir hier nochmal das Jetpack ganz gut einsetzen. So gegen den. Und dann gehen wir... Es ist zu krass. Es ist einfach nur krass. So, jetzt ist es wieder voll. Absolut krass, Leute. Es ist absolut krass. Tanken wäre zu OP. Ja, aber Leute, guck mal, jetzt habe ich halt nur noch die Hälfte, so, ne? Das meine ich halt eben so. Ich habe halt wirklich nicht so viel zur Verfügung, Leute. So, ich habe... Weiß ich nicht. Die Frage ist halt, gibt es einen Tank, Leute? Hat irgendwer von euch das Ding schon mal getankt? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie hinhaut. Ja, stimmt, Leute. Was ist denn eigentlich, wenn ich in die Luft gehe mit dem Jumppad? YTV, danke für das Abo. Was ist denn, wenn ich mit dem Jumppad in die Luft gehe und dann mit dem Jetpack noch fliege? Dann kriege ich doch gleich Fallschaden, glaube ich, ne? Weil wenn ich dann wieder runterkomme, Leute, dann bin ich doch safe down. Airnude schreibt Loot Drop. Weiß nicht. Leute, schaffen wir 67.200? Denk schon, oder? Kriegen wir hin. Soll ich hier mal die Muni holen? Aber das ist so OP einfach, alter. Tanken geht nicht. Das wäre auch zu krass eigentlich. Stell dir mal vor, versuche es. Was soll ich versuchen? Was habe ich nochmal gesagt? Dann nehmen wir es wieder auf. Das ist so geil. Das macht so Spaß, das Teil. Das sind auch Äpfel, Leute. Es ist so geil. Bau die Tanke ab, dann lädt es sich auf. Eh nicht. Das Ding ist, wo soll ich eine Tanke herkriegen, Freunde? Jetzt erstmal über den Berg hoch. Ein Tankwagen. Mit dem Jumppad. Ne, ich probiere das nicht aus. Weil ich habe keinen Bock zu sterben jetzt gerade. Ich habe keinen Bock zu sterben. Was geht, Hans-Peter? Ich habe keinen Bock zu sterben, ey. Aber das war schon mal eine geile Sache so. Dass wir das probiert haben, wenigstens. Da oben ist auch wer. Zone kommt, Freunde. Die Zaffsäule musst du abbauen. Bau die Tanke ab. Als ob. Ich glaube ehrlich, dass es funktioniert. Sol die Springs. Ja, Sol die Springs. Stimmt. Oh Gott. Ich muss einmal mitten durch die Zone laufen. Für Sol die Springs. Aber die ist doch da, ne? Leute, wir rennen ja zu Sol die Springs. Leute, alle mal. Soll ich da hinrennen zu Sol die Springs? Soll ich einmal quer durch die Zone rennen? Um zur Tanke zu gelangen, Leute? Soll ich es versuchen? Alter. Ich habe so Angst, Leute. Der baut da irgendwie absolut die Scheiße um links, Mann. Soll ich es versuchen? Ich kann halt auch mit Jumppad hinfliegen. Klar. Da vorne ist wieder so ein Sturm. Lol. Oh mein Gott, Leute. Wir holen uns den Scheiß mal. Das ist absolut in der Mitte der Zone. So, und was muss ich jetzt machen, wenn ich das eingesammelt habe? Ich habe keine Ahnung. Ich muss zur Tankstelle, Leute. Digga, hier snipet einer ganz böse. Einer P. Ich habe Fallschaden gekriegt. Liam, Dankeschön für deinen 1,00 Euro, Leute. Oh. Ich habe Fallschaden bekommen, Mann. Alter, man kriegt Fallschaden des Todes. Dankeschön für deinen 1,00 Euro. Richtig cool. Was geht bei Blum hier? Leute, man kriegt Fallschaden des Grauens, Alter. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story. Bis zum nächsten Mal.